Hallo und herzlich willkommen bei Spätrunners. Das ist ein Spätrunners-Spiel, wo wir gegeneinander speedrunnen. Überraschenderweise. Wir haben es alle noch nicht gespielt, ich kenne es nur. Ich bin Vierter in irgendeiner Entrelange offensichtlich. So, wen nehmen wir denn? Ich nehme... Wo bin ich denn? Ich bin der blau. Ich bin die 2. Ich kann die Katze gar nicht nehmen. Warum nicht? Weil die schon jemand hat. Sorry, ich habe die verletzt. Ich verstehe nicht, wer ich bin. Ich glaube nicht. Die 3, das blaue 3. Ich bin die blaue 3. Bewegt euch mal nicht. Ich bin die blaue 3, oder? Also einer war gerade nicht gejoined. Ich gehe nochmal zurück. Einer von euch ist nicht gejoined. So. Ich bewege jetzt mal nichts. Wer bewegt jetzt gerade? Ich. Okay, Robin ist das Pinke. Ich bin das Braune hier. Aber ich bin... Aber guck mal, ach so. Die Reihenfolge ist halt... Ja, lass mal alles drücken. Alle einmal B drücken. Jetzt gehe ich also erst drücken. Nicht A drücken. Ich drücke A, weil ich bin 1. Und dann... So ist der 2. Also jetzt du, Dani? Ne. Fuck. Warte, ich bin nochmal raus. Genau. Jetzt du? So. Jetzt du, Dani. So, jetzt sind wir auch in der gleichen Reihenfolge da unten. Okay. So. Ich nehme... Ich nehme den Schwertfisch. Äh, den Hai. Aber das hier ist auch super. Hai Guy. Buckshot. Ich glaube, ich nehme den pinken Typ. Aber ich nehme die Katze. Das pinke Einhorn. Ich bin der Star-Nar-Wall. Star-Wall. Wir fangen einfach mal am ersten Level an, wa? Ja. Das gibt wahrscheinlich am meisten Sinn. A great Beginner-Map taking place down in the sewers bla bla. In the sewers. Drei alle einmal. Ach so, sorry. Wir können einmal, bevor es losgeht, Start drücken. Und einmal gemeinsam in die Controls reingucken. Ah. 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 Oh nein. Fuck. Du bestimmst die gerade. Ah. 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 Shit. Make it go away. Ah. Gott, nein. Kenten. Okay. Nice. Oh. 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 Spass. Ah. This is going to be interesting. Ah. Ah. So, wir sind wieder alle auf dem Punkt. Also, was ich herausgefunden habe, ist irgendwie, man springt mit A, man benutzt seinen Grapple mit X, glaube ich, und man duckt sich mit Y. Alter, nochmal einmal A. Und es gab noch irgendwie Boost, das müssen wir selbst herausfinden. Okay. Und Power-Ups gab es auch irgendwie. Okay. Ich glaube sowieso nicht. Also, ich bin das Einhorn. Oh, ist das ein bisschen verzögert? Kann das sein? Nee, eigentlich geht's gerade nicht. Tom ist der Blaue. Dani ist die Katze. Ja, so nennt man mich auch. Ach so, man kann nur an den Weißen anscheinend halten. An den Weißen. Oh nein. Nein. So. Point Shark. Ja, schnell. Wo hast du schon rausgefunden? Ah, man, du boostet doch RT offensichtlich. Hä? W-w-w-was mach ich? Wieso hab ich... So, du musst rennen mit RT. Dann. Ja, aber ich hab grad... Ich sag's grad einfach nur da und hab mich nicht mehr bewegt. Deswegen. Hm. Gibt's irgendwo ein Boost-Meter? Bestimmt. Oh man, bin ich gut. Fuck. Nein, nein, nein. Hi gegen Einhorn. Das ist gar nicht schlecht. Was gibt's einen Double Jump? Kannst du doch alles rausholen, Tom? Oh, ist das spannend. Huuuh. Was hast du irgendwas benutzt? Hey? Hä? Hast du grad ein Item benutzt? Ich hab einmal... Ist der jetzt nicht einfach rumgelaufen? Yes. Also, erkenn mal. Du hast grad eine Druckwelle benutzt. Ich glaub ich hab... Kreis gedrückt. B. Also B. Ja, ist richtig. Ah. Fuck. Ah, ich hab jetzt... Ah, genau. Oben links. Ihr seht jetzt eure Power-Ups. Ich hab ein cooles Power-Ups. Das kennt ihr aus dem Video. Äh. Äh. Fuck. Dann geht's. Ah. 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 Yes. Oh, was? 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 Was soll denn die Scheiße? Oh. Oh. Wie man vorne ist, weiß man einfach nicht, was kommt. Das ist... doof. Gemein. Ungerecht. Oh, die Welt ist grausam. Ah! Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein! Oh, ja, ja. Ja, nein! Zu spät erst mal. Eiuuuuuu-ôuuuh. Mann oh! Haben alle gewonnen! Ein good-oddisk. Ah. Oh. Ach so, wir müssen noch mal zusammen, ich kann gar nicht. Doch, du bist ganz recht gerade. Ach so, ich habe meinen Nye nicht gesehen. Ah, okay. Mein Feeling Great stand da, aber Felin, weißt du, mit dem Katze. Vielleicht hätte ich gleich nochmal machen sollen. Ja, zu üben, meinst du? Ach, üben, schmüben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das spielt sich aber sehr gut. Ja, ja. Ach, fuck. Oh, fuck. Bist du gut, Tom, ist unfassbar. Oh, fuck, ey. Yes. Du bist mega gut. Nein, 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 jetzt bin ich gerade in alles reingestolpert. Ach, es war gut. Ach nein, es war nicht gut. Ah, nein, nochmal. Besserst du mich schon, Peter? Vielleicht ist der Shark einfach besser. Ich glaube, das ist es. Das ist ein fucking Shark. Ach, Shark. Aber du musst halt auch ein Einhorn raufeln. Warte, ach, du bist ein bisschen da lang. Ich wollte jetzt andersrum. Dumm. Oh Gott, ich sehe nicht, was hier kommt. Aua. Nein, Wasser. Oh. Was habe ich gemacht? Oh Gott. Ah nein. Fuck, 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 fuck. Ah, der Bildschirm war immer kleiner. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ganz zur Zeit bin ich vorne. Oh, Dani, du musst abfassen. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr so viel rausholen. Du hast genauso viele Punkte wie ich, Dani. Das ist eher traurig für dich, Robby. I know, that's my point. Was ist das? Oh, Kessy. Nein. Ach man, no. Oh, Dani, das kann ich wirklich traurig sein. Oh, fuck. I'm not made for this kind of game. Look, Robin, du schaffst es. Ist das so gut? Ich kann nicht verstehen. Nein, nein, Robin. Warum bist du jetzt gegen mich? Ja, weil du die ganze Zeit gewinnt. Hey, was war das denn? Hau! Ich habe Y getroffen. Nur weil du ein Shark bist. Weißt du, bei Haien musst du auf die Nase hauen. Das finden sie unangenehm. Ich habe eine Mine gelegt, bringt ja viel. Aua, aua, aua. Ich kann auch jedes Mal rein. Also, wenn euch ein Hai angreift, haut ihm auf die Nase. Und wenn das nicht hilft, dann weiß ich es auch nicht. Fuck. Nein. Oh, nein, Robin. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh, fuck. Nein. Wenn ich gerade Robin sehen könnte. Domain. Bin ich am Schwächen, ey. Was ist, was bist du? Am Schwächen. Was ist denn das für ein Wort? Achtung geht wieder los. Kannst du mal deutsch reden? Das ist grad deutsch von meiner Oma. Oh ist das Spiel awesome. Hat noch richtig gutes Momentum. Und da geht er wieder nach vorne. Wie bist du denn da hochgekommen? Da sticht er wieder nach vorne durch und hier geht's nach links. Das hätte ich wissen müssen. Fuck. Ich verharte gerade einfach nur, wo es leid ist. Jaja, ich... Aua, Aua. Boah, ich war das ganz viel. Ich glaube, ich stehe nicht so viel Können drin. Oh, ouch, ouch. Oh, 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 oh. Oh, Kitty. Aua, Kitty. Oh, oh, oh. Kriegen wir alle da? Jawohl, da ist sie. Oh nein, 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 nein. Nein. Ah, Dani hat Blöcke geleakt. Das können Katzen so. Oh nein, fuck, fuck. Ach komm schon. Mach wieder. Nein. Ich glaube, es gibt gar keinen Weg, den man gehen muss. Ich glaube, der erste Platz bestimmt den Weg ganz einfach. Weißt du? Ne, na doch, es gibt ja schon einen Rundweg quasi. Naja, aber du... Naja, es gibt viele verschiedene... Also Dani war jetzt gerade unten, war eigentlich hinter mir. Aber weil sie noch bei dir im Feld war, hat sie überlebt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du kannst nicht zurücklaufen, glaube ich. Fuck. Ah, fuck, 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 fuck. Ich bin inzwischen raus. Los, Robin! Du schaffst es! Aua, 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 aua. Ah, 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 ah! Ja! Endlich mal! Endlich mal! Ah, das war ja von mir. Oh! 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 Oh, fuck! Fuck! Oh! Ah! Ich hätte ja gedacht, ich wäre jetzt schon gemüeber. Ja, ich auch, Tom. Ich bin enttäuscht. Ah! Fuck! Wow! Nein! Wow! Uh! Nein! Du hättest auch da oben jetzt lange gehen, dann wärst du ganz woanders bewegen. Ich kann mich nicht... Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Es gibt auf jeden Fall ganz verschiedene Wege, die du ihr fuck gehen kannst. Ha! Ha! Ah! Ah! Du hast irgendein Power-Up, Robin. Ich weiß, aber ich weiß nicht welches. Aua! 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 A Kitty? Ja. Das ist so spannend, keiner will was sagen. Entschuldigung, keine Zeit. Ha! Dumm! Nein, Robin! Nein, Robin! Oh! Nein! Das ist die dreckigste Kackstelle! Oh Gott! Oh! Du kannst es doch schaffen, Robin! Oh! Oh! Wo kommt der Speed her? Robin! Nein! Yes! Warum? Keine Ahnung. Oh Gott, es geht ja weiter. Danni, du musst aufpassen. Ich bin eine sehr langsame Katze. Mit Y rein ducken denn. Ducken? Ach! Äh! Äh! Fuck! Es ist nicht so mein Spiel. Star Whale. Möchte ich mal. In den Raum stellen. Du bringst ne Katze ins Rennen. Alter, man wird voll bestramt, ob man das bei den Dinger hier benutzt. Hab ich ja auch bei... Wie hieß das mit den Walen gemacht? Star Whale. Star Whale. Star Whale. Ah! Robin! I believe in you! I can't. Oh! Enttäusch mich nicht! Ah! Ach! Ist das intensiv, ey. Nein! 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 Aua, aua, aua! Schaffst du es, Robin? Nein! Nicht in die Kisten reinspringen! Nein! Fuck, 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 fuck! Was? Warum? Warum? Why? Why? Yes! Ich bin nicht in die Dornen gesprungen. Boah, ist das frustrierend. Hier wäre eine Wiederholung. Schlecht, ne? Weißt du? Ja. Mach mal. Boah, ist das frustrierend. Boah, ist das frustrierend. Boah, ist das frustrierend. Wir können es nicht mehr lange machen. Ich habe auch gepasst. Ich könnte nur. Fick ich. Nein! Uah! 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 Aua, 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 aua! Aua, nein! Aua, aua, aua! Ach! Punkt Nummer eins. Du dummer, dummer Mensch. What? Sorry, Dani. Ja, komm. Als ob ich den halt tun würde. Oh, fuck. Oh, shit. Shit, 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 shit. Shit! 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 Jetzt hast du mich wieder zurückgebrochen. Ja, du musst jetzt auch noch trennen. Ah! Oh! Ah! Shit! Na, jetzt hast du mich wieder zurückgebrochen! Ja, du musst jetzt auch noch trennen. Ah! Entschuldigung. Bin ich ausgesprungen! Ah! Ich hab das mal wieder dreimal gewonnen! Das ist doch nicht zu fassen! Aber ich soll jetzt noch ein Level spielen. Nightclub. Das macht Spaß heute. Tom, komm nach Hause, koste ich erstmal das Obst. Ich glaub, das wollte ich nicht mehr. Wie hast du diesen Move benutzt? Ah, fuck. Wie bist du zu schnell geworden? Es ist einfach, wenn du durch das Wasser gehst. Wenn du durch das Wasser gehst. Er bei uns war das nicht. Das kann sein. Ja. Wie benutzen wir nochmal Items? Boah, Gott. So, genau so. Tom, boah, jetzt soll ich zum Glauben. Wobei ich wurde auch grad gespielt. Kammer? Auch. Ah, mh. Wie wir alle da rein sind. Ah, fuck. Ah, mh. Fuck. Was geht's hier ab, ey? Ja. Ja. Was ist denn? Hab ich gewonnen? Ach, Dani ist doch da. Ach so, weißt du, hab ich dich nicht gesehen. Sorry, ich bin noch nicht mehr lange da. Oh, Dani. Ja, Dani, jetzt walljumpen. Ah. Nein. Oh Gott, Dani, was machst du da? Walljumpen. Jetzt passt's. Ah. Ah. Wow. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Kein Problem. Das war... Das war ne Kunst. Das ist gegen Mädchen verloren, ey. Ach so. Gegen Sachen Mädchen. Das hab ich unangenehm von der ganze Sache. Mh. Das ist blöd alles. Ah, fuck. B, B, Dani. Du hast gekissen. Ah, fuck. Ah. Ah. Ah, fuck. Daniel, kannst du mit RT boosten, ne? Äh. Ja. Jetzt hat sie sich hingesetzt. Warum hat sie sich hingesetzt? Wenn du da oben deine Leiste vorhörst, kannst du boosten mit RT. Warum hat sie sich jetzt hinge... Ah. Ich sitz immer noch. Wieso? Was? Ah. Immer noch nicht einmal gewonnen. Ach so, das ist glaube ich... Ich halt die ganze Zeit RT durch. Weil ich denke, man muss damit rennen. Okay. Deswegen nutzt er sofort den Boost. Use the Boost. Ja, okay. Ah. Aua, aua. Dankeschön. War nötig, unnötig. Ich hab eh grad nur da gesessen. Oh, du alter Fixgiller. Wie kannst du denn diesen Muster machen? Unfassbar. Un-fucking-fassbar. Fuck. Fuck. Oh Gott. Bach. Hä? Also jetzt habt ihr euch beide gegenseitig ausgenockt. Ich hab nämlich gerade gar nichts gemacht. Und du willst... Wir haben jetzt in den... 15 Runden... Aber wir eine nicht... Hast du eine nicht gewonnen, ne? Ich glaub schon. Un-fassbar. Uh. Ah. Ah. Mann, wie die hier ging's. Der fun, Andy. Vielleicht weil du RC hältst. Das ist doch jetzt auch. Machen wir jetzt, glaub ich, alle drei oder... Sagt gesehen, sprang gegen das Zeug. Oh Gott. Fuck. Ich glaub, wenn du jetzt vorne gewesen wärst, wär das okay gewesen. Ja, aber dann vielleicht war da kein Boden mehr oder so? Nee, doch. Ich denk schon. Ich denk wirklich einfach nur, weil du nicht Erster warst, würdest du den folgen. Wenn du aber als Erster gewesen wärst, hättest du die Richtung vorgehen können. Wär sowieso Erste. Okay, man kann diesen Hack nicht überall benutzen. Wie, nur wenn's weiß ist, oder? Uh. Uh. Wow. Scheiße. Fuck. Wow. Fuck. Mann. Koko, du kriegst mir genau geteilt. Naja, ich bin voll mit Kissen. Komm, du bist jetzt vorne. Aua, aua, aua. Do it. Nein. Oh, jetzt ist er wieder vorne. Na? Oh, na. Schaffst du's, Robin? Wo ist eigentlich dein Ende? Fuck, 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 fuck. Ja! Ja! Goddammit. Wie ich es nie mitkriege, wie es weitergeht, ey. Was? 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 Ist dir immer was aufgefallen, Robin? Ja, ich hab ihn nicht getroffen. Fuck. Wenn du was gegen mich hast, sag's doch einfach. Also hier ist Levelkenntnis wirklich... Oder halt sehr, sehr schnell Reflexe, ne? Gucken, was das hier bringt. Oh, das war ganz gut. Ah. Ja. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Ja! Ich hab ne Chance insgesamt zu gewinnen. Puh! Ich hab mal diese Wallruns auch echt drauf. Das ist ja jetzt weh auf jeden Fall. Aua! Hä? Was? Sprich mal über dich selbst, ja. Nein, Dani! Das war eigentlich mit vollem Rosettos sein. Bei mir scheint das ja wohl nicht an den Wallruns. Okay. Das ist ein Argument, das kann ich nachbeziehen. Oh! Oh, du dummer! Du bist sie! Wie cool! Oh, wie cool! Darauf hab ich nur gewartet. Das war sehr gut. Ich hab mich selbst mit der Rakete getroffen. Was? Ich hab jetzt ne Rakete abgeschockt und mich selbst damit getroffen. Ja, Robin, dass das halt geht. Ja, offensichtlich. Gut, dass wir es auch probiert haben, aber... Robin! Streng ich an! So, jetzt. Jetzt muss das hier funktionieren. Ja, macht ihr euch mal gegenseitig fertig. Ja, komm schon! Da muss rausfliegen! Ah! Ja! Ja! Komm schon! Dani, gib einfach auf! Wir gewinnen alle, wenn du jetzt verlierst! Hör nicht auf ihn, Dani! Oh nein, das wird nix! Oh, krass! Ja! Ja! Komm! Keiner mag dich! Du hast verloren! Ich mag dich, Tom! Dankeschön! Kommt der hin, Dani! Was, Susan? Goddammit! Goddammit! Gottdammit! Ich kann halt nichts dafür! Fuck! Oh! Ach! Okay! Nein! Dann hat jetzt keiner gesehen! Boah, ist das Spiel gut! Da gab's noch nichts zu sehen! What's happening? Dani! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ich hab's verkackt! Jaaaa! Die Animation ist super, Vianna! Das Lachen hat grad auch sehr gut dazu gepasst! Direkt synchronisiert! Ja! Fuck, fuck! Ach so! Nein Dani! Au! Manu! Autsch! Au! Wow, holy shit! This wouldn't have gone any worse! Was? Ah! Oh, ist das awesome alles! Fuck! Oh! Das sah falsch aus! Oh! Das war gut! Komm Robin! Oh nein! Nein! Ah! Oh! 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 Boah, noch von Rakete abgewertet! Du dummes Dreckspiel! Das war Zufall! Du dummes Dreckspiel! Wie hier die Beleidigung um sich fliegen! Die beste Beleidigung von Robin hab ich immer noch während Star Wars im Livestream bekommen! Was war sie? Ganz ehrlich dumme Fotze, was er zu mir gesagt hat. Aber in so einem vollen Ton. Naja, es war... Nein! ...andere Versuch. Fuck, fuck, nein, 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 ich schaff das noch! Nein! Oh, what the fuck are you doing? Also ich jetzt! Ich hab mich noch gerettet. Oh Gott. Wie wir beide. Ah, fuck! Oh Gott. Warum geht's hier oben lang? Ist auf dem Obenweg. Tja, Robin. Ach nein. Das musst du dich nur selbst fragen. Ah, fuck. Nein! Nein, 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 nein! Jetzt hast du den Scheiß... Was? Ich weiß nicht, wo du redest. Ah! Nein, 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 ich bin runtergefallen. Ich bräuchte dir voll, ich sag nicht. Ja, ja. Nein, was mach ich? Warum? Why? Why am I doing any of this? Nein! Sorry, du musst es nicht opfern, damit ich da meine holen kann. Aber jetzt sind wir keine Freundin geworden. Nein! So was egoistisches. Ich dachte, das war deutsch, was? Ja! Nein! Hat dir nicht mal was geknüpft? Also jetzt musst du auch gewinnen. Wenn ich mich schon geopfert hab. Ja. Ja, opfern war es nicht. Geopfert wurde. Ja, aber ganz klar. Wie du mich nur so halb erwischt hast noch mit dem Ding. Ah, fuck! Jetzt mach's, Robin! Oh! Nein! Yes! Hat er dich getroffen? Nein! Nein! Ich meine, krieg ich jetzt den Start mit? Ja, so! Boah, zurück! Ich bin lernfähig, eine lernfähige Katze. Eh, geht das hier? Ach, geht da vorne? Okay. Das ist dumm, wenn es Waffen sind, die man noch nicht kennt. Ich hab sie schon mal benutzt, aber ich wusste nicht mehr genau. Wie? Oha! Gut. Boah! Oh Mann, Tom ey! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ah, fuck! Hab ich einfach mal voll erwischt. Autsch! Oh, danke Dani! Shit! Hast du gut angefangen! Naja, ich muss sie auslösen. Ich hab sie einfach zu früh ausgelöst. Ja, zufällig, als ich reingelaufen bin, ja? Ja, ich glaub mir, Tom... Nein! Ficken! Fuck! Fickfotzen! Hursorn! Missgeburt! Nazi! Fickerei! Jetzt kommt so ein langsamer. Mann! Meine Güte! Die armen Leute mit Kopfhörern, ne? Die armen Leute mit Kopfhörern, ne? lotta, sterf! Die armen Leute mit Kopfhörern, das sind Schmerzen, ich dachte mir, du habe pharmacy,